Und wir verteidigen Halleluja Sing Halleluja Sing Halleluja Sing Halleluja Come on Ein herzerfröschtes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu OCH Ich freu mich, dass ihr wieder dabei seid Defjats ist auch da Ich bin der Go-Boy Sombra Heute bin ich Sombra In Defense ohne Healer Aber ich mein Ich mach die Mad Kids fertig Pipi Pipi Pass auf, der kommt Ich wusste es Ich hab ihn gehackt Naja 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 Ich muss ihn gleich Was hat der? Oh, zwei HP Der hat vielleicht hier Dings Wie heißt denn das? ADS? Ne Wie heißt denn das andere? Zwei Leute? Gleichzeitig? Äh, Tourette Tourette heißt das Ja Ja Tourette Mit hier Namen Genießt jedes Overwatch Video, weil dürfen wir es nicht mehr hochladen Artikel 13 kommt Weil was? Artikel 13 kommt Und dann? Glaubst du ja wohl nicht ernsthaft dass das dann alles sofort funktioniert Dass wir alles sofort Normal hochladen Stimmt Ach Als ob das sofort funktioniert Holy Shit Die Brigitte hat Uiuiui den krassesten Rahmen den ich je gesehen habe Das sehe ich jetzt erst Ah ich hab den glaube ich schon mal so Oder leuchtet der? Der leuchtet irgendwie nochmal so extra Der schimmert Das ist Wenn der noch schimmert dann habe ich sowas noch nie gesehen Das ist irgendwie Ey ist das mehr als Diamond und Gold? Sieht so aus Oh ne So ob das alles alles funktionieren wird? Bestimmt nicht Auf der anderen Seite YouTube hat schon Upload Filter Den besten den ich gebe Naja Der muss dann noch verschärft Der muss dann noch verschärft werden Als ob der mich da kriegt Der muss ja dann noch schärfer sein Weil der darf ja dann das Video erstmal gar nicht durchlassen Und nicht erst hochladen Und danach kriegst ein Content-ID-Treffer Ich glaub trotzdem dass sie es hinkriegen Ich bin Aber das muss jede Seite machen Goro Das geht nicht Ich bin da nicht so ein So ein krasser Ne das funktioniert nicht Jede Seite muss das machen Goro Jede Jede Seite Doch Jede Seite wo ein scheiß User was hochladen kann Nein Doch Nur bis eine bestimmte Größe Und nach drei Jahren Was ungefähr alles betrifft Das ist aber nicht jede Ja aber die wichtigsten Larry de Gurga hat das Highlight des Spiels Und die sagen ja Ich bin Wir haben ja nichts von Upload Filtern gesagt Das funktioniert nur mit diesen Filtern Genug Geld Google hat genug Geld Ja Trotzdem ist das alles ziemlich Eieieiei Das wird nicht Ich rechne damit Dass es ein paar Monate dann erstmal nix gibt Weil die das alles nicht so schnell geregelt kriegen Du hast doch auch nen Einen festen Job oder nicht Ja Ja dann Trotzdem stream ich ja gerne Stream fällt ja dann auf Lachen Ja dann streamen wir halt nicht Kannst aber trotzdem was auf Twitter posten Ne darf es ja auch nicht Könnte ja Copyright sein Vielleicht hat einer Rechte auf den Text Darfste nicht Ah 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 Jetzt Ja Ja So fängt es nämlich an Gorobai So fängt das an Ach Quatsch Ach Quatsch Und also im Livestream kannst du ja Nur halt keine Spiele Mein Arsch oder was Wie dein Gesicht kannst du dann machen Bestimmt irgendjemand Copyright drauf Meine Mutter Und dann kannst du Copyright Mein Bruder Meine Eltern können mich dann anzeigen Dass ich hier das Gesicht Was sie erschaffen Ja ja Machen die dann ja Dann ist ja alles gut Immer diese Schwarzmeilerei Na ich sehe das schon sehr kritisch Manche Ich finde das sehen viele zu locker Was Viele sehen das zu locker Ich sehe Ja du zum Beispiel Ich bin der Einzige der das locker sieht Nein Es gibt viele die da so denken Neh neh Passiert ja Passiert ja Ich finde das scheiße Also ich finde das Das Einzige was ich kritisch sehe Ist dass sie das damit Dass Dass man damit zensieren kann Ja Das ist das ist ja der Anfang Deswegen sollte man das schon gar nicht so anfangen lassen Das ist es ja Aber Eine EU-Richtlinie Muss ja eh erstmal In äh In nationales Recht umgewandelt werden Das dauert bestimmt zwei Jahre Hm Ich glaube das geht schneller als wir dann gucken können Wenn das wirklich akzeptiert wurde Es geht eigentlich immer Dauert das zwei Jahre Morgen vor allem ist irgendwie eine Diskussion Habe ich gerade auf Twitter gelesen Hier Timo Wölken Der ist ja irgendwie von der SPD Und äh informiert ja auch ganz oft Weil er auch dagegen ist Äh Morgen ist irgendwie eine Diskussion Über die neue Also diese neue Version Die es gibt Aber die kennen die neue Version noch gar nicht Die müssen über die neue Version diskutieren Ohne sie zu kennen Die haben keine Das vielleicht Das vielleicht gar nicht so klug Ja was ist das Das ist doch schon wieder totaler Schmuh der da passiert Und das sind CDU Politiker behaupten Die ganzen Gmail Adressen Die sagen dass die Artikel 13 scheiße finden werden Alle Bots Ist ja wohl auch Ja Damit polarisierst du halt auch Ne Ist halt äh Ne Ich weiß nicht Ich find ich find's auch doof Ich hab aber nicht so viel Angst Angst hat nämlich noch niemandem was geholfen Mir macht mehr Angst Mir macht mehr Angst Dass die Was weiß ich Die Rechtsradikalen Immer mehr Stimmen gewinnen In allen Ländern der Welt Das Das macht mir mehr Angst Das nächste Ich hab schon überlegt Ob die Politiker wieder irgendwas anderes durchhauen Und uns damit nur ablenken So weißt du Im Hintergrund Wo keiner drauf achtet gerade Weil das machen die ja auch ganz gerne Das machen die doch nur im Sommer Stimmt Wenn alle im Urlaub sind Wenn alle im Urlaub sind Dann gibt's mehr Pension für die Politiker oder so Ich weiß ja auch nicht Hake ich den Genji Nice Ich hab den doch gehackt Was den Genji? Ne den Reinhard Achso Jetzt hake ich den Mora Mora ist hinter uns Ist gehackt Hab ich Hast du das? Achso Hack das mal hier Was hier? Ist gehackt Ist nicht gehackt Da, you old hack Was? Die Mora hasst mich glaube ich Er meint mich Oder dich LOL Oha Best Hack Best Welcher Ult EUW Ja, ich glaube die Mora hasst mich Weil sie hat jetzt mich geholdet. Nerf this. Ja, mich hat die ja schon gekillt. Ach, du warst schon tot, weil ich hab dich nicht gesehen. Ich dachte so, wo ist Goro? Okay. Ich bin tot. Um sie zu hacken, wo ist sie? Oh, nice. Jetzt bin ich erwischt. Oh, das hab ich besser gesehen von Rebuy. Hatte ich mir besser vorgestellt. Ich hatte alle gehackt und er sollte einfach nur so ne Ulti reinmachen. Oh Gott. Why Reaper takes no damage, wenn Duhing is ult? Weil er mit jedem Schuss, den er macht, 50 HP wiederkriegt? Oder wie war das? Ja. Weil er unbesiegbar ist. Elmao. Außerdem haben wir ja auch ne Ana. Oh, nice. Oh, mach die Diva. Ich dachte jetzt ich die Diva gelebt hast, was zu hören soll. Oha. So. Kann ich das hier vorne nochmal hacken? Wenn wir schon dabei sind. Ich hab den Reinhardt gut zugesetzt. Nice try Reinhardt. Ich hab den jetzt schon dreimal so ne Hero ins Knie gehauen. Ja. Der arme Reinhardt. Aber das ist halt schwierig zu sagen, was passiert. Die wissen ja selber nicht, was passiert. Ich find's, ich find's kritisch. Man muss kritisch sein, aber man muss auch, man muss dann auch, auch was dagegen tun, in Form von, äh, zur Ware gehen, ne? Ja, ja. Und nicht einfach nur sagen, ich find das alles scheiße. Und auch nicht einfach nur sagen, ich find das alles scheiße, weil... Nee, auch an den Demos teilnehmen halt. Und nicht zu den Demos gehen, weil die YouTuber sagen, sie gehen da hin, ne? Hab ich ja auch ganz oft schon gelesen so. Wo sie dann den YouTuber fragen, gehst du zur Demo in Berlin, dann komm ich auch. Also, was? Mhm. Geh halt hin. Das ist kein fucking Fantreffen, Mann. Geh hin, weil du scheiß Gesetz nicht magst. Weil du, weil du gerne hingehen willst, weil du dagegen demonstrieren willst. Ja. Ich hack alle. Ah, mein Drache ging noch raus, glaub ich. Oder auch nicht? Doch, noch raus. Schade, den Punkt kriegen sie anscheinend noch. Aber hier ist noch nix, noch nix verloren. Jetzt schon. Jetzt ist alles verloren. Ich bin da. Ist halt blöd, dass er seinen Deathblossom hat und Bob jetzt reingeflogen ist und... Hä? Wann hab ich denn jetzt Fire gekriegt? Wann bin ich denn jetzt on fire? Oh, Reaper! Oh, Reaper hat mir Play of the Game geklaut. Oh, man. Er hatte am Anfang so'n schönes Play of the Game. Drei Headshots oder so. Und er kommt jetzt mit seinem Goku drücken dahin, weißt du? Ah! Hey, der Reaper. Zum Glück war der so gut. Zum Glück hat der Goku gedrückt. Nein! Spitz! Nix zu 56! Sen. EPLI dej'sGL! Heups. EPLI! Tja Dann lasst mal den Daumen nach oben da, solange es noch funktioniert Jetzt schon? Ja, wieso denn? Waren es zwei Runden oder was? Hä, eine? Hä? Echt? Ja, wir haben fünf Minuten Man kann doch trotzdem nicht daumen lassen Ach nein, wir haben Mondkolonie gespielt Ach, ist okay, lasst den Daumen da Wir haben die Mondkolonie gehabt Wir haben zwei Runden gehabt Stimmt, tut mir leid Ich dachte jetzt Route 66 hat nur noch einen Ja, okay Ich mach jetzt noch eine Lootbox auf, dann tschüss Ich auch Oh, zwei epische, aber Oh, den Brigitte-Skin hab ich noch bekommen Oh, Legendary und Epic Oh, den McCree-Skin von letztem Jahr Ja, da würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Tja Tschö Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020